Hallihallo liebe Leute, ich bin Akumich 1 zu 11 Mal Songs, Let's Plays und Quasi Unterhaltungsvideos. Ja, heute geht's wieder weiter mit Fakwa 3. Ja man, yeah. Und das Little Boy, Boss, natürlich. Falls du mich mal wieder anschaust. Ich habe neun Skype-Accounts. Hab ich die schon in einen Kommentar geschrieben, unter einem Video. Musst du mal nachschauen. Dann denkst du mal, dass du es dann siehst. Denn sonst haben wir keinen Kontakt mehr. Das wäre nicht so toll. Okay, dann machen wir mal weiter. Wo wir aufgehört haben. Hinweis zur Herstellung. Ja, das mache ich selber. Okay, wir haben eine neue Mission, Leute. Doch wir müssen da was rausfinden. Äh. Äh, da wollte ich ja nichts klicken. Okay, ich brauche Ziegen. Sind irgendwo da drüben, Lenni, okay. Solange wir halt noch keine richtig gute Waffe uns holen können, müssen wir leider sowas machen. Ja, ist gut, das war ich selber. Okay. Hm. Ich müsste mal nachschauen. Ziegen, Ziegen. Wo könnte ein paar Ziegen sein? Irgendwo hier in der Nähe. Ich sehe die Felsche. Ich sehe keiner. Vielleicht ducken. Und siehst vielleicht besser. Ganz leise. Ganz leise. Ganz leise, Leute. Ganz leise. Hm. Wo sind sie? Ziegen, Ziegen. Ziegen, wo seid ihr? Ah shit. Oh shit. Na komm. Da sind sie. Da sind sie. Vielleicht zwei Stück. Ich brauche aber nur einen. Einen Sieger erstmal. Oh. Noch eine. Drei sogar. Vielleicht brauche ich ja mehr. Für noch was anderes. Okay. Ganz langsam. Ich komme zu euch meine Freunde. Okay. Ich bin schon hier dran. Vielleicht sollte ich sogar. T4 werfen. Habt ihr es gehört? Scheiße. Den habe ich glaube ich noch hinbekommen. Wow. Neopard. Wow. Alter. Nein. Fuck. Ah. Jetzt muss die Tücke wieder. Fertig machen Leute. Shit. Nur wegen dem verfickten Leopard. Ah. Ich bin jetzt auch noch hier gelandet. Ah. Könnt mich doch mal alle ey. Oder ich schnappe mir was anderes. Was geileres. Mit besserer Genauigkeit. Also wäre schon gut. Etwas was mehr Bums gibt. Vielleicht ein Granatwerfer. Oh. Zu teuer. Shit. Oder spezielles. Leuchtpistole. Na ja. Na ja. Okay. Ein Bogen wäre nicht schlecht. Aber Flammenwerfer. Naikampfwaffen. Und Stammesmesser. Kann man auch ausrüsten. Schachschützengewehr. Da habe ich ja sogar eins. Okay. Habe ich glaube ich dursten. Durste Dinger da. Gemacht. Schnellverkauf. Mach ich mal. Ja. Grünes Platz. Grünes Platz. Kaminrotes Platz. Brauche ich es nicht. Wunderfell. Brauche ich das? Shit Leute. Ich würde es am liebsten beendet. Ne. Das kann ich wieder. Also ich mache das auf jeden Fall noch Leute. Mit den Ziegen. Damit dir das wichtig. Ich mache das noch. Da bin ich stur. Okay. Es gibt ja manchmal wo ich echt sage hier. Kein Bock mehr oder so. Aber jetzt weiß ich ja wo die genau sind. Und dieser Leopard. Und der hat mich abgefuckt. Wer denn ist gewesen. Der hätte ich die Ziegen schon so schön. Schön wegbekommen. Ein Saal anscheinend ist ja hier irgendwo in der Nähe. Auf jeden Fall habe ich den Leopard anscheinend zu mir gelockt. Nicht, dass ich den wieder zu mir logge. Wäre nicht so toll. Noch sehe ich keinen Leopard. Okay, hier sind sie. Und diesmal bin ich näher dran. Aber jetzt muss ich gucken. Wegen den Leopard. Oh, hier sind auch noch welche. Hier bin ich aber näher dran. Okay, markieren. Gleich wieder drei Stück. Und diesmal hindert mich kein scheiße Leopard. Nein! Rennt doch nicht weg. Shit, vorhin habe ich es so gut hinbekommen. Oh, da drüben ist der Leopard. Scheiße Leopard. Yes! Wir haben es. Yeah! Es können wir... Uh, das können wir auch machen. Aber nein, ich will Waffengurt. Hirschfell. Okay. Okay. Okay, wir holen mir gerade noch eine Tige. Oh, wir holen mir gerade noch eine Tige. Wenn wir schon dabei sind, los. Oh, oder wir haben einen hohen Leopard. Komm. Oh. Alter, stirb. Uh. Junge, Junge, Junge. Wo ist der hier? Junge, Junge. Junge, Junge. Hier sind noch die Ziegen, aber die sind auch aufgebracht. Ah, hier liegen aber auch noch, wer ist der Tod. Äh, auf die Karte wollte ich nichts herstellen. So, dafür brauchen wir Tapir-Fell. Okay. Gegner! Okay, wir werfen zu viel hin. Geil! Okay, die Waffe wieder. Los, 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 los. Oh. Du scheiße Wichser. Kleiner Wichser. Ein richtiger Wichser, ey. Ah. Ah, das tut weh. Ich muss mir euch mal wieder... Herstellen. Spritzen. So, gut. Achso, ich hab das Boot ja in die Luft gejagt. Shit. Ich tue dir schon nix. Ich tue dir nix. Wo ist denn der Tote? Ah. Shit. Okay. Gucken wir mal, wo wir... Ach. Ich komme immer wieder ins Menü. Gucken wir mal, wo wir jetzt lang müssen. Hm. Aktuelles Ziel. Ich glaube, das ist die Medusa. Da müssten wir hier lang. Hunde... Es gibt viel zu entdecken. Da kann ich hier auch noch einen Leuchtturm. Äh, Funkturm noch machen. Oder wieder Tiere jagen. Wie eben. War zwar nicht ganz so toll, aber okay. Okay, wir sind hier drübe. Wir machen einfach mal einen weiten Weg, oder? Ja, komm. Hm. Überlegst du gerade. Wo gehen wir hin, Alter? Zum Hauptziel? Wollt ihr das? Wollt ihr das? Nee. Wir müssen noch ein bisschen uns, äh... Aufbauen. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, wir brauchen Tapir-Fell. Tapir-Fell. Ich glaube hier. Dann... Gehen wir erst mal hier hin. Okay, los geht's. Wow! Schnell weg, Leute. Schnell weg. Nicht schon wieder. Ich hab keine Lust mehr auf dieses Vieh. Oh, der kommt immer noch hinterher. Wagen, 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 komm! Wagen, schnell! Knapp, 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 knapp. So. Los geht's. Das müdliche Scheißtiere, endlich los. Los! Los! Das ist, Leute. Oh, ne. Oh, shit. Das ist so schön. Wow! Alter Schwede. Oh, Gründer. Wo ist der Fall, Leute, ne? Jetzt fahren wir noch hier durch, so schön. Komm, fahr, fahr. Fahr, komm. Fahr. Shit. Will ich mir. Okay, wir müssen raus. Oh, aus dem Wasser. Sonst werden wir mal trunken, ey. Sonst werden wir ertrunken. Puh. Okay, wir brauchen Tapir-Fell. Irgendwo müssen diese Tapire sein. Kubanische Zigarre. Eine Zigarette. Wie auch immer. Ich sehe keine Kiste. Hm. Sind die Tapire? Nee. Schildkröten. Was geht denn da ab? Das muss die drüben sein. Nein. Hm. Ah, shit. Das sind ja auch gar keine Tapire. Das ist noch weiter da drüben. Ah, fuck. Oh, Haie. Gucken wir doch mal, ob wir... ...irgendwas wegen Haie oder so brauchen. Spritzentasche. Leopardenfell. Ah. Naja. Okay. Schnell. Schnell. Schwimm. Schwimm, Junge, bevor ein Hai kommt. Schwimm. Schwimm und ein Leben. Oh, oh. Er kommt schon. Der Hai will uns fressen. Fressen. Oh, ach. Junge, schnell. Scheiß Hai, ey. Junge, Junge, Junge. Okay. Tapirfell. Tapir. Wo ist das Tapir? Hm, hm, hm. Irgendwo hier oben. Oh, Löwe. Knapp, knapp, knapp. Ah. Es hat mich und ein Löwen in die Luft gejagt. Scheiße. Ist das schon wie bei GTA 5 hier, ey. Scheiße. Wo bin ich jetzt? An Manaki, oder was? Ja. Okay, Leute. Dann ist die Folge hier heute etwas kürzer und wir machen hier einen Cut, Leute. Also, dann bis zum nächsten Mal bei Farqua 3. Bis dann. Euer Akumisi 21. Ja. 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 Ja.